Meine Generation war glaube ich noch einfacher zu führen. Also ich glaube, dass jetzt einfach aufwendiger ist. Also ich glaube, dass da schon viel Reingefühl gefordert ist teilweise. Ich glaube, da haben wir noch eine härtere Haut gehabt als jetzt vielleicht ein paar. Aber ich glaube, dass einfach jetzt wichtig ist, dass man einfach Regeln vorgibt, die vielleicht früher von zu Hause aus mitgeben worden sind. Die muss man vielleicht jetzt in der Kabine mehr vornehmen als früher. Aber ja, hat schon Spaß gemacht.